Das ist leer. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, aber gut, dass wir das mal machen jetzt. Ihr kennt ja die Geschichte, wie der Marco und ich uns kennengelernt haben. Und das ist das besagte Stück dazu. Ist ein Highlight für mich immer in jeder Show. Show-Folding. Musik Ja, das war's! Das war's! Das war's! Das war's!